Volkswagen präsentiert auf der Los Angeles Autoshow den neuen Beetle Dune. Das Crossover-Modell, das an die legendären Baja California Buggys erinnert, ist gekennzeichnet durch ein auffälliges Design mit zahlreichen Offroad-Applikationen, große 18 Zoll Räder und eine höher gelegte Karosserie. Der Beetle Dune debittiert gleich von Beginn an als Coupé und Cabriolet. Die Preise für das Coupé beginnen ab 23.625 Euro und 27.800 Euro für das Cabriolet. Mit dem neuen Beetle Dune startet ein Modell, das im Exterieur und Anterieur komplett neu konzipiert wurde und nach Abenteuer ruft. Der kraftvolle Charakter wird in der Frontpartie durch einen großen zentralen Lufteinlass mit silbernem Rahmen und schwarzem Wabengitter betont. Der Beetle Dune verfügt über die neueste Generation der Volkswagen-Infotainment-Systeme, die abhängig vom Modell unter anderem um den digitalen Radioempfang DAB Plus oder eine zweite Bluetooth-Telefonschnittstelle erweitert werden können. Radio, Telefon und Zugriffe auf angeschlossene Medien lassen sich via Sprache steuern. Im Fall des Discover Media gilt dies auch für die Navigationsfunktion.